Elektrofahrzeuge Elektrofahrzeuge verbreiten sich immer mehr, daher steigt auch der Bedarf an dazugehöriger Infrastruktur wie etwa Ladestationen. Diese Ladestationen benötigen eine möglichst effiziente Steuerung und Verwaltung. Wir von Entity Data beschäftigen uns mit diesem Thema seit 2008. Ergebnis unserer langjährigen Entwicklungsarbeit ist die Applikation Open Charging Station Controller, kurz OCC. Der OCC ist eine Software zum Management von Ladestelleninfrastruktur und bietet darüber hinaus ein Endkundenmodul, mit Hilfe dessen man über eine Applikation Ladestellen finden, reservieren und benutzen kann. Je nach Konfiguration können unterschiedliche Tarife und Ladealternativen ausgewählt werden. Neben der Verrechnung der Tarife und der allgemeinen Administration von Ladestellen bietet der OCC viele weitere Features, wie zum Beispiel ein Lastmanagement, welches die Stromlast an den Ladesäulen steuert und überwacht. Informationen, die auf diesem Weg gesammelt werden, können für zukünftige Entscheidungen wie den Ausbau des Ladestellennetzes sinnvoll genutzt werden. Wir von Entity Data bieten Lösungen für einfache und zukunftsorientierte Mobilität und sind Ihr Partner für die Entwicklung der Mobilitätskonzepte der Zukunft. und sind es wichtig, die gleichzeitig heraus auf derelen verbesseren und empfangen würde, wie zum Beispiel ein Lichter ter burgers zeichern. Vielen Dank.